Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturradio Hörbahn, die Rezension Erebus von Michael Perlin, erschienen im Mare Verlag Wir schreiben das Jahr 1845 Zwei Schiffe machen sich in England auf den Weg, die letzte offene Frage der Seefahrt zu klären und im arktischen Eis den verborgenen Weg durch die legendäre Nordwestpassage zu finden 134 Seeleute folgen dem Oberbefehl von Sir John Franklin dem nicht unumstrittenen Konteradmiral und Polarforscher Er war nicht die erste Wahl für das Kommando dieser Expedition Er galt als zu alt, viel zu behäbig und konnte nicht viele Erfolge vorweisen Es war nur seiner Frau Jane Griffin, Lady Franklin zu verdanken, dass man ihn mit der Führung der prestigeträchtigen und kostspieligen Aufgabe betraute Sie hatte alle Hebel in Bewegung Ihr Netzwerk aktiviert und ihren Einfluss geltend gemacht, um ihren Mann unsterblich zu machen Unter seinem Kommando schließen die Erebus und die Terror in See Gerüstet für eine mehrjährige Expedition, aufwendig umgebaut und für die arktische See perfekt ausgestattet verließen die beiden Schiffe das britische Greenhithe Hier beginnt eines der größten und lange Zeit ungeklärten Rätsel der Forschungsgeschichte Nachrichten blieben aus Zuerst nicht ungewöhnlich Dann jedoch, nach zwei Jahren, wurde man im Oberkommando der Marine zusehends nervös Und nicht nur dort Lady Jane Franklin baute einen unwiderstehlichen Druck auf Endlich nach ihrem Mann und den beiden auf See verschollenen Schiffen zu suchen Elf Jahre lang dauerte die verzweifelte Suche in der Arktis Bevor erste Spuren und Beweise für das Scheitern der Expedition gefunden wurden Beweise, die das Empire in helle Aufregung versetzten Machte sich doch das Gerücht breit, beide Schiffe seien gesunken Und die Überlebenden hätten sich auf dem Weg durch das ewige Eis vom Fleisch ihrer toten Kameraden ernährt Bis auch sie den Geist aufgaben Unvereinbar mit den britischen Moralvorstellungen Bis zum heutigen Tag ist nicht alles geklärt Bis heute ranken sich Geheimnisse und offene Fragen Um das Schicksal der verlorenen Expedition Spekulationen gehen Hand in Hand mit wissenschaftlichen Erkenntnissen Es ist schwer, sich einen Überblick über den Stand der Dinge zu verschaffen Zusammenhänge und Ursachen zu erkennen, fällt schwerer denn je Genau hier setzt Michael Pallon in seinem Buch Erebus an Genau der Michael Pallon, den wir eigentlich von einer ganz anderen Seite kennen Als Mitglied der Komikergruppe Monty Python erlangte er als Texter und Schauspieler Nicht zuletzt durch den Film des Lebens des Brian Weltruhm und Kultstatus Kaum jemand kennt jedoch seine anderen Facetten Er ist nicht nur ein renommierter Reiseschriftsteller und ehemaliger Präsident der Royal Geographical Society Nein, seit 2018 ist er auch ein richtiger Sir, nachdem er von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen wurde Er hat nach seiner beispiellosen Karriere als Komiker einen kaum vorstellbaren Imagewechsel vollzogen Und gilt heute als renommierter Autor, Filmemacher und Wissenschaftler Dieses Buch aus seiner Feder in Händen halten zu dürfen, ist in vielfacher Hinsicht ein echtes literarisches Erlebnis Der Mare Verlag hat Erebus in jeder Beziehung zu einem absoluten Highlight im Bereich der Sachbuch-Neuerscheinungen gemacht Das beginnt schon beim Cover, das als Eyecatcher heraussticht Und setzt sich bei Karten, Originalfotos und Zeichnungen fort, die an Bord beider Schiffe entstanden sind Schon beim ersten Blick auf das Buch stand für mich fest, dass ich die festliche Zeit zwischen den Jahren mit ihm verbringen würde Das Lesen, Zelebrieren Welches Buch wäre hier besser geeignet? Ich scharrte meine nautische Ausrüstung um mich Legte den Kompass und meinen Sextanten in Reichweite Griff zu meinem Globus und begab mich auf einer Reise, die ich nicht mehr vergessen werde Die Bilder auf meiner Facebook-Seite und auf Instagram sprachen eine mehr als deutliche Sprache Und so blieb ich nicht allein Was aber macht Erebus aus heutiger Sicht zu einem relevanten Thema? Warum zieht die Geschichte zweier verlorener Expeditionsschiffe die ungeteilte Aufmerksamkeit auf sich? Fragen, die ich mir lesend gestellt habe Ich denke, es ist die Faszination für die großen ungeklärten Fragen unserer Zeit Es ist das Geheimnis, das die Expedition bis heute zu einem mystischen Akt überhöht Und es sind die menschlichen Abgründe, in die man sich kaum noch hineinversetzen kann Weil uns das Verständnis für diese Zeit verloren gegangen ist Eine Zeit, in der die Welt noch nicht vermessen war Eine Zeit, in der Navigation über Leben und Tod entschied Eine Zeit, in der Forscher bereit waren, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um das Prädikat Der Erste für sich beanspruchen zu können Diese Faszination ist die große Klammer über Erebus Und Michael Palin gelingt es nicht nur, einen Forschungsbericht zu verfassen Er befreit die beiden Schiffe und die Menschen an Bord von jeder Sachlichkeit Die ein Sachbuch eigentlich zu dem macht, was es sein soll Palin geht den persönlichen Weg Er erzählt von den Menschen der Expedition und ihren Beweggründen Er beleuchtet ihre Stärken und Schwächen Vom einfachen Mart bis zum Offizier Niemandem wird die Wertschätzung entzogen Um uns mit ins Boot zu nehmen, setzt Michael Palin bei einer früheren Reise der beiden Schiffe an Es ist hier die Antarktis, die erforscht wurde Es ist eine Reise, von der die Besatzung zurückkehrt und von der sie berichten kann Briefe, Logbucheintragungen, Zeichnungen und später erzählte Geschichten zeugen von den Lebensumständen an Bord Hier werden einzeln wahrzunehmende Schicksale greifbar Hier schöpft Michael Palin aus dem Vollen aller verfügbaren Erinnerungen Hier sind wir mit ihm an Bord Frieren, erleben den individuellen Rhythmus aus Wachen, Schlafen Wachen und Schlafen Wir geraten in Lebensgefahr und haben am Ende dieser Reise viel zu erzählen Wir waren dabei Der Bruch in der Beschreibung der eigentlichen Expedition zur Durchquerung der Nordwestpassage ist brutal Hier hören die originalen Dokumente auf Hier schweigt die Besatzung Hier wird nichts mehr überliefert Ruhe, weil niemand zurückkehrte, um vom Scheitern zu berichten Wir sehen die Porträts der Offiziere, die kurz vor dem Auslaufen aufgenommen wurden Wir erleben die aufwendige Umrüstung beider Schiffe Dann wird es dunkel Als läge nun der Mantel des Schweigens über 135 Menschen und der Reise in den Untergang Michael Palin erzeugt ungekünstelt eine schaurige Stimmung, in der wir uns auf Sekundärquellen verlassen müssen Stimmen aus London Die verzweifelte Lady Jane und ihre Briefe zeigen das Ausmaß der Katastrophe Wir ahnen, was beiden Schiffen zugestoßen sein muss Wir begleiten die Suchmannschaften auf Expeditionen zur Rettung der Überlebenden Wir hören ihre Berichte Und wir werden zu Zeugen der mündlichen Überlieferungen der Inuit Sie sind die wohl letzten Zeugen vom Niedergang der Franklin-Expedition Sie schreiben nichts auf Sie erzählen es ihren Nachfahren Ihnen muss man Glauben schenken Michael Palin erweist der Geschichtserzählung der Ureinwohner die größte Ehre Sein Buch schließt die Kreise Aus Spekulation wird Gewissheit und aus Zufallsfunden wird ein Muster Bis zum Jahr 2010 setzte sich die internationale Suche fort Was sie zutage fördert ist im Kontext der Darstellung von Michael Palin Nun ein zutiefst persönlicher Akt Wir stehen vor den wenigen gefundenen Gräbern Wir sehen die exhumierten Leichen Und finden die Ursachen für ihren Untergang Gerüchte bestätigen sich Spekulationen werden ins Reich der Fabel verbannt Nichts ist hier sachlich Nichts neutral Wir haben das Gefühl dabei gewesen zu sein Michael Palin bereist viele Schauplätze seines Berichtes selbst Er garniert seinen historisch fundierten Bericht mit persönlichen Eindrücken Und lässt Emotionen zu Wir begleiten ihn bis in die Themsemündung Und stehen am Anleger Wo Angehörige und auch Lady Jane ihre Männer zum letzten Mal sahen Wehmut ist Teil dieses Buches Bei aller Kritik an der Ehefrau des Konteradmirals Werden wir jedoch auch zu Zeugen ihrer niemals enden wollenden Suche Wir erleben eine Frau, die alles versuchte Den Mann ihres Lebens wiederzufinden Wir erleben die Frau, die am Ende Und im Wissen um das Scheitern Nichts unversucht lässt Die Ehre von John Franklin reinzuwaschen Sie selbst wird heute noch als Abenteuerin bezeichnet Obwohl sie nie auf See war Sie war jedoch in jedem Augenblick An Bord der Erebus Präsent Wenn ihr ein Buch sucht, mit dem sich das Lesen zelebrieren lässt Dann kann ich Erebus nur empfehlen Eine große, in dieser Form bisher unerzählte Geschichte Von Abenteuer und Scheitern Aber eben auch eine zutiefst menschliche Geschichte Einer großen Tragödie, die bis heute nachwirkt Reist besser nicht allein Die Erebus war auch mit ihrem Schwesterschiff der Terror unterwegs Gemeinsam lässt sich dieses Abenteuer leichter überstehen Gemeinsames Lesen ist das Schönste Lesen Ich habe die Zeit an Bord genossen Bin aber heilfroh, überlebt zu haben Und doch werde ich es wagen, wieder an Bord zu gehen Franklin und seine Kameraden auf See Gehörten zu den Barrows Boys Einer illustren Gesellschaft aus Offizieren Die statt in den Krieg in die Welt segelten Um auch noch die letzten unberührten Fleckchen zu entdecken Von ihnen handelt das gleichnamige Buch aus dem Mare Verlag Es liegt schon bald bei mir an Weitere Expeditionen findet ihr bei Astrolibrium Von Schiffen, Bergen und Entdeckern Lesen Sie gut Der Daumen Und die König und Entdeckern Ausatmen Von Schiffen, Benut konstruieren Die sind große Träper